Bevor es für die FC-Profis am Mittwoch ins Trainingslager nach Mallorca ging, stand am Dienstagabend im Franz-Krämer-Stadion der erste Test in 2019 an. Bei ungemütlichen Bedingungen wartete der niederländische Erstligist FC Groningen auf die Mannschaft von Markus Anfang. Und bei denen spielt ein alter, bekannter FC-Profi Tim Hanferker, ist bis zum Ende der Saison an die Niederländer ausgeliehen. Der FC begann die erste Hälfte mit Thomas Kessler im Tor. In der Abwehr liefen Janis Horn, Lasse Sobich, Freddy Sörensen und Marcel Risse auf. Davor spielten Nikolas Nathai, Louis Schaub, Tomas Ostrak, Noah Katterbach und den Sturm bildeten Seru Girassi und Simon Terodde. Das Spiel, welches unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, in der Anfangsphase noch verhalten. In der 16. Minute die erste gute Chance durch Nikolas Nathai, aber auszufassen. Die Gäste antworteten prompt. Es läufte die 19. Spielminute, langer Ball, die FC-Defensive kurz unsortiert und Thomas Bruns schiebt ein, Groningen in Führung. Doch in der 26. Minute kam es noch dicker. Noah Katterbach verletzte sich bei dieser Aktion. Für ihn ging es nicht weiter. Rafa Zichos ersetzte ihn. Gute Besserungen auch von dieser Stelle. Der FC kombinierte sich bis zur Pause ein paar Mal sehenswert vor das gegnerische Gehäuse. Allein beim Abschluss fehlte es an Fortun. Hier ist es Louis Schaub, der verzieht. Dann war Pause. Das Wetter weiterhin nicht unbedingt einladend. Doch in Hälfte 2 sollte das Spielgeschehen aufmuntern. FC-Cheftrainer Markus Anfang wechselte bis auf Rafa Zichos einmal komplett durch. Im Tor übernahm Timo Horn. In der Abwehr nun Jonas Hector, Zichos Mere und Matthias Bader. Davor Salli Özcan, Niklas Hauptmann, Darko Churlinov, Christian Clemens und vorne stürmten John Cordoba und Dominik Drexler. Und in der zweiten Hälfte übernahm der FC sofort das Spielgeschehen. 51. Minute Hauptmann mit dieser Bogendampe und Dominik Drexler vollendet der verdiente Ausgleich. Der FC jetzt druckvoll. Christian Clemens setzt sich hier gut durch und bedient mit dem Heber John Cordoba, der veredelt akrobatisch zur 2 zu 1 Führung. 67 Minuten waren da gespielt. Markus Anfang sah dann, wie der FC die Führung sicher verwaltete und in der letzten Minute sogar noch auf 3 zu 1 stellen konnte. Christian Clemens sorgte mit diesem wundervollen Freistoß für den Endstand ein gelungener Testspielerfolg im neuen Jahr. Hier klicken, da klicken, hier kommentieren, da klicken. Er macht das schon. Er macht das schon.